Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Magazinsendung in dieser Woche. Flächenheiz- und Kühlsysteme gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten lassen sich exemplarisch an einem Hotelbauvorhaben darstellen. Herzlich willkommen in Attendorn. Im Hintergrund entsteht das neue Hanse Hotel. Dieses Hotel verfügt zukünftig über 99 Zimmer. Wir als Firma Aquaterm haben in diesem Objekt Lösungen rund um das Heizen und Kühlen gemeinsam mit dem Investor umgesetzt. Dabei stand im Vordergrund, unser System Aquaterm Klimasystem in diesen Bereichen zu nutzen. In den nächsten Minuten werden wir Ihnen anhand einiger Anwendungsbeispiele einmal zeigen, wie in so einem Projekt Aquaterm Klimasystem eingesetzt werden kann. Wir befinden uns hier in einem der 99 Gästebereiche. Dieser Bereich sowie das Badezimmer wird mithilfe von Aquaterm Klimasystem geheizt und gekühlt. Um die bedarfsgerechte Beheizung zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschieden, den vorderen Bodenbereich sowie die Brüstung mit Aquaterm Klimasystem zu belegen. Dadurch ist sichergestellt, dass bei einer Nutzung der Raum dementsprechend zeitnah beheizt wird. Weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten für das Aquaterm Klimasystem befinden sich im Bad. So wird zukünftig der Duschbereich mithilfe von Aquaterm Klimasystem beheizt, sodass kaltabstrahlende Fliesen der Vergangenheit angehören und wir beim Duschen eine Wohlfühloase vorfinden werden. Eine weitere praktische Lösung sehen Sie hier. Mit unserem Aquaterm Klimasystem werden zukünftig Badetücher vortemperiert. Der Vorteil ist es hierbei, dass dieses komplette System unter der Wand liegt. Neben den vorgestellten Anwendungsbereichen wird zukünftig hier im Bad der Spiegel mithilfe von Aquaterm Klimasystem beheizt. Diese Lösung verhindert ein Beschlagen des Spiegels. Um ein optimales Raumklima in den Sommermonaten in den einzelnen Bereichen zu gewährleisten, wurde unser Aquaterm Klimasystem im Deckenbereich zur Kühlung montiert. Auch der öffentliche Bereich dieses Gebäudes wird mithilfe von Aquaterm Klimasystem geheizt und gekühlt. Hier standen wir allerdings vor der Herausforderung, dass wir die Rundung dieses Gebäudes ähnlich wie in den einzelnen Zimmern berücksichtigen müssen. Dafür haben wir unser System waagerecht eingebaut. Mithilfe einer Durchflussbegrenzung ist es sogar möglich, dass die Anbindung von einer Seite aus erfolgen kann. Bereits bei der Planung stand die Energieeffizienz im Fokus. Für das Hotel haben die TGA-Fachplaner eine effiziente sowie kostengünstige Lösung zur Kühlung finden können. Die Nutzung von Brunnenwasser zur Versorgung des Aquaterm Klimasystems. Bei diesem Vorhaben kamen folgende Aquaterm-Systeme zum Einsatz. Für die Anbindung der Flächenkühlsysteme setzte man Klimaterm ein. Das Trinkwassersystem wurde mithilfe des Fusio-Thermrohrsystems realisiert. Eine Besonderheit stellt das lilafarbene Aquaterm-Lilax-System zum Transport von Brauchwasser dar. Die brandschutztechnische Sicherheit wird durch das Sprinklerrohrleitungssystem Firestop gewährleistet. Das VDS zugelassene System kann in der Rohbauphase in die Armierung mit eingearbeitet werden. Mithilfe einer speziellen Anschlussdose kann in der Fertigstellungsphase der Sprinkler dann ohne großen Aufwand installiert werden. Diese Installation unterstützt die architektonische Gestaltungsfreiheit. Wir hoffen, dass wir durch diesen Hotelrundgang Ihnen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unseres Aquaterm-Klimasystems näher bringen konnten.